Heyo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play, der Herr der Ringe, die Schlacht mit Leer, das war der Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Elben! Genau, da haben wir letztens gekämpft. Jetzt lasst mich nur kurz die Aufnahme checken, ich werde noch umswitchen müssen vermutlich, ja genau, so schaut's aus. Aber das läuft, das läuft, das läuft und das läuft auch so, umswitchen nicht vergessen, genau, immer ganz wichtig. Zwei Länder eingenommen und einen Haufen Truppen bekommen, das ist doch gar nicht schlecht. Sechs Bogenschützen und vier Hüterbataillone, die kann ich jetzt zu gleichen Teilen, oh yeah, aufteilen, zu gleichen Teilen. Die bekommen welche und der welche, dann natürlich mal Lornbäume, was anderes geht gerade nicht. Die werden jetzt ausgerüstet, das ist auch schon mal nicht schlecht. Und dann holen wir uns jetzt, lassen wir mal gucken, das gehört nicht mehr dazu, dann machen wir das Ganze, obwohl, ich könnte eigentlich direkt nach Helmsklammer schieren, das mache ich jetzt auch. Pass auf, dann gehen wir mal so lang. Oder so ist vielleicht besser. Es könnte sein, dass ich hier das Land jetzt wieder verliert, Dunland, aber sobald ich die Festung habe, ist das egal. Na, passt so wahr. Sehr schön. Also, ich bekomme Isengard, wenn ich das schaffe, aber das müsste machbar sein. Gegen drei. Gegner ist aber knackig. Muss man mal schauen, wird nicht ganz easy. Kommt ein bisschen drauf an, wie das jetzt am Anfang läuft. Theoretisch ist es aber machbar. Wenn ich mir natürlich Isengard am Anfang holen kann und danach gleich Helmsklammern, dann wäre das doppelt gut. Ach, perfekt. Naja. Hehe, lol. Geht das? Wie geil ist das denn? Ich baue jetzt eine Festung in der Festung. Geil. Okay, das ist echt cool. So, ich mach das jetzt so. Ist nicht perfekt, aber das interessiert ja jetzt auch niemand. Wir müssen Mittelerde beschreiben, was am Elfen. Wir sind Ihnen ebenwürdig. Und die Stadt wird größer. Wo sollen wir bauen? So. Warum hat der Glied umschütten? Wilde. Naja, der hat das Tor offen gelassen, selbst schuld, ne? Quasi. Kimpft, geschwänd, der Fall verlichtet das Böse. Oh, Trolle. Was ist das Böse? Ja, um den sollte ich mich kümmern. Oh, der Schaden ist schon da. Kann man nicht anders sagen. So, Burg vernichten wir. Hier, Orthang. Das andere war... Letztens, letztens hab ich den Kommentar jetzt gelesen. Was? Barad-Dur? Wie ist das so? Der zweite Turm? Müsste. So, der Schaden vom guten Glorfindel ist natürlich unter aller Sau. Aber okay. Whatever. Ah, Level 4. Nice. Ja, komm. Der holt sich jetzt den Ring. Ist auch in Ordnung. Das hier wird immer noch vernichtet. Passt schon. Ich mag die Musik der Elben. Ist richtig nice. So, die sterben natürlich komplett weg. Haha, die haben ja gar keine Chance. Nice. Das ist schöner Schaden. So, das Tor hat's auch zerballert. Was macht denn das? Mehr Schaden. Naja. Der Schaden hält sich in Grenzen. Ich mein, es ist schön, wenn du so ein Plus 100% Schaden hast, ne? Das ist gut. Aber wenn der Basisschaden niedrig ist, dann sind die 100% Bonus zwar immer noch eine Verdoppelung, aber halt wenig, ne? Naja. Jetzt haben wir eine Festung. Das ist auch schön. Ah, guckt's mal hier. Ah, ich kann Legolas und so weiter ausbilden. Das machen wir doch gleich. Dann sammeln wir jetzt einfach Geld. Und gut ist. Du dürftest hier natürlich auch mal so ein bisschen. Wird schon passen. Dann holen wir uns jetzt einen Helden. Ich glaub, das ist vernünftig. Der Ring liegt immer noch da rum. Ist mir jetzt aber auch egal. Oh, oh. Na, ob das so gut ist, ist jetzt die Frage, ne? Ja, das dürfen sie auch. So, erstmal holen wir uns den Legolas. Der ist nie verkehrt. Ja, schön. Schön mit den Reitern da durch. Ja, wir sollten die Schlacht gewinnen, ja? Oh, die Spinnen machen guten Schaden. Schaffen's aber nicht. Jaja, so ist das. So, der Glorfindel, der kann sich hier austoben. Und ich bilde jetzt halt ganz einfach Helden aus. Waldlandreich. Der Feind fern, ja genau. Sehr schön. Das ist doch gut. Hapsa, neben die gebildet. Ja, da kommen ein paar Truppen, aber das ist auch egal. So, der Legolas, der schießt hier. Der Malonebaum wird fallen. Macht aber nix. Bauen wir neu auf. Aha, den Ring haben sie sich geschnappert. Das können sie machen, ist das egal. Los, Legolas. Hol sie dir. Ah, fast. Aber nicht schlecht. Die machen das schon. Dann hole ich noch den letzten. Obwohl, bilden wir alles aus. Arwen. Holen wir uns auch noch. Die kann zwar nicht so viel. Aber deswegen ist sie ja nicht zwingend super schlecht, ne? Der sollte jetzt durchhalten. Sieht auch ganz okay aus. Ja, ja, es geht. Oh, oh, oh. Wir müssen den Schatten aufhalten. Ich bin hier, um zu kämpfen. Das Körper haben sie bei uns. Schnee, auf in den Kasten. Na? Ja, aber der wird wiederbelebt. Das ist das Schöne. Das kann mir egal sein. Na, Arwen, schaffst du das? Ich glaube, wir nicht mal annähernden Level-Ups. So, Legolas sollte nach Wirklichkeit nicht verrecken. Ja. Der rennt nur rum und kriegt ein Level ab. Auch schön. So, der nächste hält. Oh, dann bauen wir da unten. Und da oben. Moment. Ja, den greifen sie an, aber das ist egal. Das ist gut. Der startet auch schon mit Schadenserweiterung. Auch nicht schlecht. Na, guck mal mal, was die Helden hier schaffen. Oh, oh, oh. Oh, die sind gestorben. Schade. Wo ist der denn? Ja, renn doch mal. Vielleicht gehst du mal zum Legolas? Genau. Ich baue jetzt hier trotzdem langsam Kasernen und bild Truppen aus. Weil dann kann ich mich hier mit einem festen Stand etablieren. Das ist nie falsch. So, bisschen Heilung. Wird schon. Achso, ja, nee, die wollte ich ja hier haben. Ja, den Klaufeld. Ich bilde ihn jetzt einfach wieder aus, weil es ist ja egal. Irgendwann werden sie das schon aufgeben. Ja, hoffen wir mal. Sehr schön. Ah, ja. Also aufgeben tut der Gegner nicht, aber er sollte es, weil hier sehe ich nicht, wie er das gewinnen möchte. What? Was? Oh. Okay. Das ist natürlich wieder dann ein bisschen was anderes, wenn da plötzlich Drachen rumstehen. Na gut. Na, das sollten wir aber verhindern. Ah, schön. Pass mal auf hier. So. Das ist mein, das ist mein Suicide Squad. Halt aus guten Leuten, aber ist schon cool, so mit vier Helden da rum zu hampeln, das hat schon was. So. Das ist brav. Das ist ein guter Bauplatz, elende Bestie. Das Böse ist über das Land gekommen. Ich werde dich beschimpfen. Der Fein kommt über uns. Wir müssen aufrechnen. Überlass sie mir. Diese Schwachen, wir wenden sie nicht. Schnell jetzt. Zeigt ihnen ihre Gruppe. An mir kommt keiner. So. So. Na. Haltet sie in Schacht. Wird das noch was? Wir bringen es nicht mit euch an. Sperre aus Mittler. Genau. Hier will ich ein paar Sperre-Typen haben. So. Und dann bauen wir noch. Eine Schmiede. Oh, die müssen weg. Die müssen weg. Die Drachen. Die tun weh. Oh, oh. Die Drachen rennen hier auch rum. Wie sie lustig sind, ne? Jetzt sind sie tot. Tja. Und der Troll stirbt auch. Ripptroll. Der mutige Reiter. Zumutig. Ja, hier. Das ist halt auch alles irgendwie Schwachsinn, ne? Düsterwald und Midland. Abbrücken, los. Wir haben das für euch. Wir verdienen keinem Land. So. Arven. Kriegt nun ein Level ab. So. Ah, Instant-Rüstung. Auch nicht schlecht. Aber das braucht es gerade nicht. Na, der baut nicht viel. Der macht auch nicht viel. Das kommt mir ganz gelegen. Die armen Arbeiter. Die sterben jetzt auch einfach weg und haben keine Chance, ne? Ja, 2000. Zwo. Ah, die halten nicht viel aus. Da hält mein eigens gemachter Fernkämpfer mehr aus als so ein Legolas. Das ist halt krass, ne? So. Ah, ja, da. Na, der Riese macht's auch nicht lang. Ne. Wer? Wahrscheinlich Varge. Gut. Macht nichts. Ja, werden Varge sein. Dann bauen wir hier so'n Turm. Und gut das. Hm. Oh, die Drachen, die tun weh. Also ich muss jetzt doch mal rausrennen. So wie's ausschaut. Wir haben viel zu tun. Für das Haus, Elrond. Du wirst mich nicht aufhalten. Wir endet euer Wohls. Sie hat nicht mehr die Zeit. Sie greifen schon wieder. Aber wir haben keiner vorbei. So. Ich schwinde. Ich werde mich beeilen. Etwas geht hier vor. Ich fluchte dich. Ha, Level up. Nice. Na, die halten schon durch, ne? Ja, einen. Aber nicht alle. Das ist der Nachteil. Oder Vorteil. Oder der Unterschied. Je nachdem halt, ne? So. Dann rennen wir jetzt rein. Und hauen alles kaputt. Sehr schön. Geschmiedete Klingeln. Das ist doch schon mal etwas. So, greifen wir da oben an. Der Riese, den sollte das jetzt auch erwischen. Oh, oh. Na, das macht nix. Das ist egal. Ritter aus Dol Amra. Die sterben aber schnell. Aber sie machen auch guten Schaden. Darf man nicht vergessen. So, Silberdornpfeile und dann ist halt eh vorbei, ne? Ja, sobald die durch sind. Das ist egal. Da renne ich jetzt drüber und töte einfach alles. Der kann schon mit Level 3 den Pfeilhagel lernen. Das ist mächtig. Ne, wir haben ihn eigentlich eingenommen. Aber das ist... Egal, die Elben checken das nie. Dann kämpfen. Tückische Brut. Das ist auch sehr schön gesagt. So. Oh, oh. Na, also. Easy. Jetzt haben wir da voll ausgerüstete Super-Einheiten. Alle Helden rausgeknallt. Es läuft. Das war... Das war super. Das war echt gar nicht mal so schlecht. Ne? Also. Oh. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen-Rauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ein Wunderschönen. Musik Das war ein Wunderschönen. Untertitelung des ZDF, 2020